Ihr kennt es ja alle, Minecraft Skyblock. Und ich habe heute mal eine spezielle Variante gespielt. Random Skyblock. Man startet auf dem Bedrock und bekommt alle 30 Sekunden ein neues Item. Was ich so gemacht habe und wie es ausgegangen ist, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! So, da sind wir auch schon in der Welt drinnen und stehen auf diesem einsamen Bedrock-Block. Ich weiß nicht, ob das jetzt ansatzweise interessant wird hier. Auf jeden Fall ist es mein Ziel, ein Haus zu bauen. Ob ich es schaffe, ein Haus zu bauen? Keine Ahnung. Aber mit den richtigen Blöcken ist es auf jeden Fall machbar. Jede 30 Sekunden wird so ein Item gedroppt. Und wir fangen natürlich mit Goldschuhen an, die mir nichts bringen außer Style. Ich bekomme als nächstes einen Banner. Ich finde es echt toll, was ich für tolle Items bekomme. Ich kann mir sehr viel weiterhelfen. Toller Banner. Bekomme ich auch mal einen Block irgendwann? Deadfire Coral Fan. Yeah, nice. Wir sind... Wir sind so slick. Die sieht so ein bisschen aus wie so ein Scheiß-Raumschiff mit so einem Scheiß-Antrieb, alter. What the fuck? Das ist eigentlich normal. Normer Schwierigkeitsrat. Magma Cube Spawnick. Wollt ihr mich verarschen? Was will ich denn mit einem Scheiß-Magma Cube? Den kann ich ja nicht mehr mehr killen, weil ich... Da ich so einen kleinen Dings hier habe. Der haut mich ins und runter. Ich brauche eine bessere Plattform. Yeah. Party. Wieso sieht das so weird aus? Endstone Brick Slap, alter. Jetzt geht's ab. Den ersten Block für unser Mini-Raumschiff. Eisen. Oh mein Gott, Jürgen. Wir können... Ups. Okay, ein Eisen ist schon mal nicht schlecht. Da kann man ja ein bisschen was draus machen. Genau. Zum Beispiel eine Schere. Vielleicht kriegen wir gleich ein Spawn-Egg für ein Tier oder so. Das ist ja wild. Prismarine Brick Stairs. Wie wild. Ich kann nicht mal mehr irgendwas placen. Grey Concrete. Okay. Wir placen das einfach mal hier in die Seite. Und vergrößern ein bisschen unseren normalen Spot. Seinen Standard-Spot hier. Imagine ich würde einfach runterfallen. Eine Laterne. Chillic. Haben wir ein bisschen... Jetzt haben wir jetzt ein bisschen schön. Wir machen einfach mal den Conduit hier weg. Wisst ich. Zack. Bam. Laterne. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich nochmal... Teppich. Wenn ihr wollt, dass ich mit anderen Leuten noch ein bisschen Minecraft-Videos mache. Irgendwie so Skyblock oder so. Und shit. Oder irgendwas anderes. Können die gerne schreiben. Oder... Und dann acknowledge ich das. Dann gucke ich mal, was ich machen lasse. Was place ich denn jetzt ein scheiß Teppich hin? Puh. What the fuck. Oh shit, Alter. Ich hätte gerne... Weiß nicht. Ein Set. Oh, Erde und Setzling wären nice, oder? Damit könnte ich... Damit könnte ich, glaube ich, echt viel anfangen. Ich meine, beim normalen Skyblock hast du ja auch... No way. Ne, aber es ist ein Dark Oak Sapling. Oh, da brauche ich... Vier. Toll. Toll. Das Game... Das Game... Das Game nimmt mich komplett tops. Light Grey Bed. Oh mein Gott, ich habe ein Bed gedroppt bekommen. Okay, wait. Ähm... Ich habe Angst, dass ich das jetzt... Ich möchte es am liebsten... Wo place ich das dann am besten hin, dass ich nicht runterfalle, wenn ich spawn? Geht eigentlich gar nicht, oder? Man kann eigentlich... Man spawnt doch dann auf dem Bed. Easy. Oh mein Gott, wo zum Geier? Spawn ich. Garst Spawn Egg. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich nutze ich den jetzt. Ich place den, der bombardiert mich wie sonst was, Alter. Macht mein ganzes schönes Raumschiff, was ich mir hier gebaut habe, kaputt. Und dann war es das. Water. Water Bucket. Das ist... Das ist actually... Sehr strong. Ach, Junge, was wollt ihr denn? Wasser Eimer ist stark. Würde ich mal so sagen. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr so einfach sterben. Und ich kann sogar Sachen jetzt drunter placen. Wait, was hab ich denn jetzt hier veranstaltet? Ja, soll mir recht sein. Ist okay. Sheep Spawn Egg. Ja, moin. Okay. Okay, okay. Ähm, Sheep Spawn Egg. Das heißt, ich brauch irgendwie... Ich muss irgendwie... Was für... Okay, okay. Ich kann mir ne Scherbe sogar demnächst machen. Das wär richtig gut. Ich bräuchte ein Grasblock. Ne, wobei... Ich brauch eigentlich Erde und Gras, damit die Scheiße auch wieder nachwächst. Nicht, dass er einmal das Gras weg ist. Hm. Okay, ich hätte auf jeden Fall... Book and Quill. Ja, Mann. Ich kann einfach... Hallo, ich baue mein Raum... Sch... Ah. Schiff, es... Soll toll werden. Yeah. Perfekt. Okay. Hals, Maul. So, ob man den Scheißkack da hooken kann. Okay, hä? Ja, okay. Ja, ganz einfach. Oh! Oh mein Gott, okay. Ich würde sagen, wir bauen uns ne Werkbank, oder? Doch, ich glaub ne Werkbank wär nicht schlecht. Ich hab... Meinen ersten Fisch... Äh, Angel, danke. So, okay. Ich sag, wir bauen jetzt hier mal ganz entspannt ne Werkbank. Komm. Zack. Okay. Aber sonst können wir eigentlich nicht wirklich irgendwas interessantes bauen. Ne Bowl hab ich bekommen. Ne, wait. Ne, wait. Ne, wait. Ich hab ne Bowl gezogen. Und ne Lektan hab ich... Oh mein Gott, ich kann mein Buch auf die Lektan tun. Wie cool. Hallo? Hallo? Man darf nicht schreiben da drauf. So ne Frechheit. Ich habe... Buch auf... Lese... Pult gemacht. Da. Schalker Box. Wild. Okay. Das ist echt gut. Kiste ist strong. Da können wir mal seinen ganzen Müll reinpacken. Was hat denn der Bogen? Ja, auch Infinity Power, Trim und Punch wahrscheinlich. Damit kann ich den Ghast killen. Also basically... Toll. Akazidor. Ja man, ich kann... Ich hab endlich ein... Komm. Wir machen es jetzt einfach so. Die nächsten Blöcke, die wir finden, bauen wir einfach mal in die Richtung hier. Und dann brauchen wir uns da unser Haus hin. Ganz einfach. Geil. Wir haben die erste... Wir haben das erste Ding hier an der Tür. Cool. Der nächste Banner. Ich fass es nicht. Ich hab schon eine Idee, was ich mit beiden Bannern machen kann. Ich habe angefangen... Angefangen... Mein Haus... Oh, mein wahrscheinlich. Mein. Mein Haus zu bauen. Ich kann mich selber liften, Alter. Das ist so wild. Pfeil. Oh, wir haben Pfeil für unseren Bogen. Für unseren Infinity Bogen. Oh mein Gott, wie cool. Alter, die Tür bleibt jetzt eigentlich für immer offen gefühlt. Was hab ich getan? Nein. Kann ich nicht eigentlich mit meiner Spitzhacke... Ha. Easy. Hast du die noch gedroppt bekommen? Hä? Diamant-Axt? Holy. Sehr wild. Ich könnte mir das auch ganz witzig zu zweit vorstellen. Weil ich denke, dass jeder dann ein... Ähm... Item gedroppt bekommt. Das ist ja ganz witzig eigentlich. Bogen. Warte mal, kann ich denn überhaupt Mobs spawnen? TNT? Äh... Ich glaube, wenn ich fertig bin, spreng ich erstmal alles in die Luft. So. Wenn ich ja 5x5 Haus mache. Dann... Geht es doch fit. Würde ich mal sagen. Ich habe tolle Blöcke. Yeah. Oh, Block of Gold? Okay. Hm, was macht... Was macht man ein bisschen mit Goldblock? Dann theoretisch... Kann ich da mit Tools machen. Aber was für Tools? No-how. No-how is nice. Ich mache mir einfach noch eine Hose. Und dann sehe ich absolut cool aus. Ich bin einfach der Güldener Rütter. Und ich habe einfach ein Boot. Was will ich mit einem Boot da hier? Ofen! No way. Jetzt haben wir jetzt echt den Ofen. Aber okay, wir nehmen das Schaf. Weit wir placen aber den Ofen hier hin. Zack. Und nehmen uns die Kohle. Ballern es da rein. Und danach ballern wir einfach noch die Fische rein, dass wir nichts verschwenden. Auf der Hoffnung, dass es nicht stirbt. Und wir nehmen uns Wolle. Wir können dann mit der Wolle bauen. Wir haben Grasblock. Krank. Gib mir den Bambus. 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 Sehr wild. Ich habe Schaf und Bambus. Erde. Wolle. Schere. Ein Graues Schaf? Dein Ernst? Bist du was? Hör auf, wenn du jetzt schon was isst, ne? Zwei Wolle. Skeleton Horse Spawn Egg Warte, ich habe eine Idee Mr. Sharp Oh mein Gott, kann auch rumzubacken Nein, Bro Bro Bro, Bro, du Idiot Du Vollidiot White Banner Ja, das ist ein tolles Haus, oder? Was sagt ihr? Ja, unser Haus Unser Haus füllt sich Firework Rocket Das bringt mir nichts Ich hätte lieber gern einen Gunpowder gehabt Weil die wird garantiert nichts machen Verpufft Ich brauche mal mein Item Frame Zack Da kommt der Command Block rein Einfach weil es cool aussieht Oh Tach Der ist zehnmal besser als Als so ein scheiß Ding Geil Legen wir uns mal hin Das Haus Sehr toll Im Bau Äh 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 Fast Fertig Zack Ja man Geil Strip Birch Lock Ich kann mir einen Pot machen Ich kann mir einen Flower Pot machen Und den Setzling rein platzieren Den Dark Oak Setzling Der eh für nichts nützt Nichts Der eh nichts nützt Haben hier Nacht Beischilltisch mit dem Setzling Und wir haben den normalen Pumpkin Bringt mir aber auch nicht wirklich was Das heißt Ich benutze den Pumpkin einfach So bauen Da da Basically Fertiges Haus Geil Du steuerst auf mich Was ich hier zusammen gestellt habe Ist also doch kein Haus gebaut Wieso habe ich zwei Konten Wieso Wieso einfach nur Also falls ihr Bock habt Auf so ein Haus Design Auf so ein neues Hier ist ein guter Vorschlag Wie man sein Haus design könnte Sieht sehr fesch aus Ein Slap würde voll perfekt hier hin Passt Deswegen hole ich jetzt mir Einfach mal die Dinge in Slap Oh mein Gott War das los Und jetzt einfach mal die Sandstone Slap hier Halt's Maul Nein 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 Ich wollte Ich wollte Ich wollte Ich wollte aufhören Also ich habe schon Länger gemacht Als ich eigentlich wollte Da hier Mit einem Concrete Powder Immerhin Immerhin haben wir Das Haus geschafft Das was ich eigentlich machen wollte Ja Das sieht gut aus Deswegen Würde ich jetzt einfach mal sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Wir sehen uns bei der nächsten Folge Von irgendeinem anderen Projekt Schreibt gerne in die Kommentare Ob ich das hier nochmal machen soll Oder vielleicht noch mit einem Mit einem anderen Mit einer anderen Challenge Vielleicht eine Rakete bauen Oder sowas Keine Ahnung Und ja Wir sehen uns beim nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal